Zu viele Konkurrenten, frage mich, wo soll das denn enden? Ich bin schon legendär, hier in Gegenseit schon wieder verendet, wer? Wollt hier jetzt schon wieder kehren und wieder blössig beschweren, wieder herrlich sein? Oder doch schon wieder verkehrt hier rein, bin ich hier schon wieder nicht gemeint? Und zwar, hier ist grad Genia Sarko zu sein oder zu bleiben, sondern einfach nur Gerd Sebastian wieder eben zu seining. Hier in Gegenseit ist nichts, also kriegt ihr keinen Freibrief, shit, wa? Somit denk ich hier ist das hier Hip-Hop und Pult, der Genie streiche eben. Oder doch schon wieder hier jetzt grad einfach nur um euch aufzuregen, weil ich bin nun einmal legendär, hier in Gegenseit ist es nicht so schwer, für euch dann zu erkennen, was hier Regen leer nun einmal wie leer ist, und ihr hier garantiert nicht einmal wiederkehren dürft. Und somit ist das nicht garantiert Genia Sarko nicht gewesen, sondern süßige Faker, den ich schon wieder was jetzt grade basteln dürft grad mal? Ach, er stimmt ja, ein Übel wie der einmal, weil ich hier als Reimer nun einmal weitergehen dürfte. Ich hingegen werde ich die Übel nicht einmal nehmen, und oder Stürzen werde ich gerne nehmen, und zwar wahr, denn ich bin drin und bleibe eben Genia Sarko, klar. Ihr hingegen fragt euch schon wieder, ist das überhaupt noch Lüge oder was? Ihr hingegen seid schon wieder nichts anderes als verkackte Terroristen, den ich natürlich hier jetzt gerade geben nun zwar darf, einfach nur schon wieder eben, zum Beispiel auch die Liste für die Kopfschüsse, oder doch nur schon wieder ein was anderes gerade eben, weil ihr garantiert nicht seid und zwar so, wir wissen nur gerade eben, dass ihr das hier peilt, und so umdenklich ist das hier noch fully style, also nicht so hardcore wahr zu sein halt mal, weil ich werde hier geistig gefoltert von diesen One-W-B-B-Stern, so dass ich hier schon wieder was wohl lieben kann gerade mal, ach ja stimmt ja, etwas viel zu trauriges, so dass ihr hier schon wieder auch mal müsst, und zwar jetzt gerade einfach nur schon wieder aufgelöst bleibt sein, und zwar von dem ganzen Scheiß halt, und somit denke ich mir natürlich auch schon wieder begeistert, was für ein Scheiß halt, dann sind doch nur gerade wieder einmal, aufgrund der Tatsache, weil ich hier als Dreimann einmal wieder was war, ach ja stimmt ja, ja sagt euch jetzt, was ging oder eben, ihr hingegen seid schon wieder was gewesen, ach ja stimmt ja, die verhastetsten Wannabes zu diesem Planeten, mein Fakes, somit nichts anderes als Wax, und somit denke ich mir natürlich auch schon wieder, erst mal die Gesetze der Raps, oder doch nur schon wieder irgendwelche anderen Sets, die natürlich auch von Regeln, sich ganz gerne mal genannt werden und üben lassen, und somit denke ich mir natürlich auch, was ihr präsentiert, ist reinster Schwachsinn, und somit garantiert nichts anderes gewesen, außer wie das was eben ging, während ich hier jetzt schon wieder, wer gerade eben gewesen war, noch mal leben, als wahrscheinlich einfach nur irgendein Wannabes zu bleiben, so dass ich hier schon wieder was, jetzt noch einmal gestreite in diesem Furchtale, Genie streiche eben, oder noch nicht schon wieder so etwas, was man nicht hervorheben wollte, ach ja stimmt ja, Leute, habt jetzt noch nicht kapiert, dass ich lieber Reelke, oder wie war das noch eindeutig, hm, wahrscheinlich hätten die Regeln des Spiels nicht einmal mehr, so dass ich hier weiterkehre, und zwar einfach los, tun ich einen Scheißdreck um die, so die Realität meiner selbst als Person, und somit garantiert noch einmal Thron, und zwar über den begeisterten Folter betreiben wir mit Forzen, weil die letzten Endes nichts sind, außer irgendwelche Schotten sind wert, und du musst dich mir auch nicht einmal selbst abgeben, also was ich jedem hier habe. Genius Hard Rock Freestyle.